Die Horde hat sich gestreut. Das ist unsere einzige Chance, den Tum zu erreichen. Hör nach, Artyom. Bleiben loslich stehen. Von rechts. Von rechts. Von rechts. Von rechts. Los, los, los. Von rechts. Von rechts. Von rechts. Von rechts. Los! Los! Wir schaffen das! Schnell! Rasier! Los! Artyom! Schauen wir mal diesen Raum an! Fast geschafft! Bruder! Das wird eine Geschichte! Wir sind unsichtbar und wir schmecken das Scheiße! Alles klar! Los! 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 Schauen wir uns einen Weg nach oben! Hier entlang! Hier entlang! Ja! Einen Weg nach oben! Bist du ein ewiger Optimist mir! Leichter gesagt als getan! Los! 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 Ich habe das mit dir. Schuhe, Schuhe! Schuhe, Schuhe, Schuhe! Schuhe, Schuhe! Hit that ear, Artyom! Da ist eine Treppe in deiner Nähe! Komm hoch! Gut gemacht. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Geh noch weiter hoch. Bitte kommen! Schuhe, Artyom, Schuhe! Artyom, Mela, bitte kommen! Schuhe! Oh, dieses Mistvieh. Bitte kommen, Ullmann. Ich bin verwundet. Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt. Ende. Verstanden, Oberst. Ende. Der Laser hältst uns hier gar nicht, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst, und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt denkt alles an dir. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020